Thema dieses Films ist die vollkommene Verwandlung der Schmetterlinge. Kriechtiere, Vögel und Säugetiere durchlaufen eine direkte Entwicklung. So kennen wir es auch von uns Menschen. Aus der befruchteten Eizelle entwickelt sich ein Lebewesen, das in allen Lebensstadien seine Gestalt und Lebensweise kaum verändert. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF, 2020